Das wollte ich gar nicht, aber was soll's. So, Kumulane, falls man welche braucht, ja, immer nützlich. Hier ist es nicht windig. Ich kann mich da festhalten, das ist gut, also zu den grünen könnte ich rübergehen. Da oben komme ich, wie es aussieht, nicht so schnell hin. Tja, qual der Wahl. Welche Richtung soll ich gehen? Drei Richtungen. Ich geh hier lang. Ja, es sieht sehr vielversprechend aus, wie das alles wegbricht. So. Und wir sind draußen. Wer hätt's erwartet? Okay, da drüben brauch ich einen Schlüssel, unten aber nicht. Allerdings komme ich bis da gar nicht. Hier könnte man aber, glaube ich, weitergehen. Geben wir erstmal hier weiter. Ähm. Ha. So. Prima. Hier können wir den Gleiter benutzen. Mal gucken, was wir damit machen können. Drehen, drehen. Noch mehr als drehen, ja. Ja. Was passiert? Was? Passiert was? Ja, aha, okay. Wir bauen eine Brücke. Das sieht doch cool aus. Okay, das war schon mal wichtig. Oh, gut, Pfeile. Und ein Herz. So, aber wir haben da noch keinen Schlüssel. Das heißt, wir kommen da eh noch nicht weiter. Ja. So sieht's aus. Ohne Schlüssel kommt man hier nicht weiter. Da muss ja irgendwo der Schlüssel sein. Gucken wir mal. Auf der anderen Seite. Schnell hier rüber. Stürz uns ein. Und. Dreif haken. Hm. Okay, wenn ich hier das greife, kann ich mich höchstens in den Tod fallen lassen. Das bringt mir nichts. Okay, hier kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Das heißt, geradeaus. Frontal. Mit dem Gesicht. Gott sei Dank, nicht durch die Wand. Okay, hier müsste ein Schlüssel sein. Ja, hier ist ja ganz viel. Wahnsinn. Ähm. Ja. Toi, ich komme hier hoch. Oh. Da drüben ging es rein. Theoretisch. Aber auch hier scheinen wir noch nicht wirklich weiter zu kommen. Hm. Nee, sieht schlecht aus. Aha. Okay, wir können die Gegner nicht töten, aber wenigstens ein wenig bekämpfen. Indem der Vogel gegen die Wand fliegt. Genau. Okay, hier kommen wir durch. Das bringt uns... nichts. Wahnsinn. Okay, also diese Windräder müssen anscheinend in Betrieb gebracht werden. Damit sich diese Teile da oben drehen. Okay, also wieder rein. Das hat nicht so viel gebracht. Jetzt müssen wir noch den Schlüssel finden. So, Cumula ist nicht so leicht. So, da hinten ist ein Loch. Und das... Da gucken wir doch vielleicht mal hoch. Und da raus. Ja, vielleicht finden wir ja hier den Schlüssel. Ähm, obwohl... Ja doch, es geht raus. Ich dachte schon, ich springe dann ins Nirgendwo. Okay, hier geht's runter. Ja. Das sind wieder diese Zahnräder. Hier kann man schon wieder den Gleiter benutzen. Okay. Nein, Gleiter. Und hier kann ich für die linke Seite aufmachen. Okay. Aber da konnte ich ja noch gar nicht hin. Soweit ich das gesehen habe. Hm. Mal schauen, wir gleich mal. Prima. Komm ich bis da rüber? Ja. Gleich ganz oben. Brauchen wir nicht so viel klettern. Okay, und jetzt rüste ich mich mal mit Pfeilen aus. Dann... Nur mit dem. Das ist ziemlich doof. Das sind einfach nicht die Gegner, die man... ...ohne Pfeile begegnen sollte. Okay, und ich nehme einfach die Stiefel. Sicher ist sicher. Oh, sicher ist langsam. Ich will nicht langsam. Schnell rüber. Ja. Sicher ist nicht tot. Und wieder hier. Na gut. Kein Problem. Ähm... Die Brücke ist draußen. Die Brücke ist draußen. Prima. Und hier. Und gucken mal, dass wir schnell rüberkommen. Genau in die letzte Nische habe ich mich natürlich gequetscht. So, hier sollte doch ein Schlüssel zu finden sein. Zumindest hoffe ich das. Oder am besten ein Endgegner. Mit... ...item. Ja, ein blauer Rubin ist von Phobine wert. Das habe ich jetzt mal geraten. Und noch einer. Okay. Äh... Hier sieht es aus, als ob man... ...runter muss. Hm. Das sieht mir alles nach... ...danach aus, als ob ich zu früh hier bin. Dort unten brauchen wir auf jeden Fall das Item. Ich will doch bloß einen Schlüssel haben. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich komme nicht wieder hoch. Oder doch? Ich gucke mal. Hier rauf. Na. Na los. Hm. So. Ja. Ah, da drüben. Äh, ja. Toll. Okay. Da drüben. Das sieht mir nach einem Schlüssel aus. Allerdings bin ich jetzt, da ich, dass ich mich hier reingefangen habe, ziemlich tot, wie es aussieht. Ja, ich fahre runter. Boom. Komme ich hier wieder hoch? Ja, doch. Okay. Ich muss noch ein Stück vorgehen. So. Wenigstens komme ich wieder hoch. Das Teil rechts werde ich nicht benutzen. Das würde mich nämlich wahrscheinlich umbringen. Denn da fährt man runter. So. Okay. Das heißt, wir nehmen die Seite. Und gehen hier wieder hin, wenn wir das Item haben. Schlüssel. Ja. Prima. So, jetzt müssen wir, glaube ich, runter. Beziehungsweise nein, wir können das Skit daneben. Wie schön, wie schön, dass man hier so viel hat, wo man sich festgreifen kann. Prima. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier nochmal überstehen. Oder wir wollen das fein. Ich werde noch oft runter fein. Das ist ein Versprechen. So, Wind. So, Wind. Du willst es da auch. Tusten. Zack. So, ich warte jetzt, bis der Wind vorbei ist. Ja. Genau. Für einen geilen Tanzaufsatz. Link. Und rüber. Da drüben komme ich, glaube ich, nicht hin. Hä? Interessant. Was war das für eine Animation? Ah. Okay. Hm. Ja. Schöne Scheiße. Die Brücke können wir vergessen. Prima Sache. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier wieder rüberkommen. Und jetzt sieht man auf die andere Seite. Wenigstens hat er da nicht alles kaputt gemacht. Ja, da kommen wir rüber. Wir kommen nämlich hier hin. So. Jaja, fahren ist wichtig. Ganz viel Kletterpflanzen sind immer gut. Immer schön. Ja, und rüber. Genau. Und ja, das dürfte, glaube ich, der Endpost sein, den wir da noch nicht dauernd sehen. Also bis jetzt zweimal. Okay. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020